Hallo zusammen, hier ist wieder Emily, heute wieder von meinem zweiten Account und wir versuchen mal, ob wir in der Kampagne ab 65, wir weiterkommen. Komm schon, 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 bitte mehr davon, mehr davon, mehr davon, macht die platt, bitte, macht sie platt, 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 mach sie platt, nice, nur mal eben so nebenbei, wer sich fragt, warum ich mich jetzt so extrem freue, ich habe jetzt schon, ich habe keine Ahnung, wie lange dabei gesessen, um das hinzukriegen, die Fehlversuche schneide ich nachher raus, die werdet ihr nicht zu sehen kriegen, ich möchte euch keinen Nerven Zusammenbruch antun, haben mich die Garutas genervt, meine Güte, uh, next, komm schon, Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte, 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 lass dich nicht kaputt machen, bitte, bitte nicht, 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 yeah, nice, okay, das hat mich jetzt nur vier Versuche gekostet, aber auch die schneide ich raus. Next. Next. Come on, mach mehr davon. Come on. Hey Luisa, mach doch mal was. Bitte. Endlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe über eine Stunde gebraucht, um das hinzukriegen, was ich euch natürlich auch nicht zeigen werde. Meine Wutausbrüche braucht ihr definitiv nicht. Aber ich werde jetzt an dieser Stelle für alle, die die bis hierhin geguckt haben, damit ihr auch mehr davon habt, als nicht meine Wutausbrüche gesehen zu haben, die Codes reinsetzen, die ich im Thumbnail versprochen habe. Ihr bekommt damit insgesamt von den Sternen, mit denen ihr die Helden beschwören könnt, in dem Bereich für den Wirbel der Lehre bekommt ihr insgesamt sechs Stück. dann insgesamt Diamanten 1777 und von den Beschwörungsrollen für die hochwertige Beschwörung sind zehn Stück. Viel Spaß dabei. Und denkt dran, die sind nur bis zum Ende September gültig. Also schnell einlösen. Äh, nee. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Bitte. Mach was. Das nicht. Komm schon, Eloise, komm schon. Bitte. Mach was, mach was. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Mm-mm. Mach was. Komm schon. Komm schon, bitte. Nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Komm schon. Das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Yes. Haha, nach zwei Versuchen. Yay! Come on! Come on, Eloise. Come on, come on, come on, come on. Come on. Komm schon. Los. Hau rein. Hau rein, hau rein, hau rein, hau rein, hau rein. Yes. Auch beim zweiten Versuch. Yay! Na, klasse. Oh, Backe, da ist ja schon alles weg. Oh, übel. Oh, oh. Oh, Schrott. Das steht gleich alles wieder auf. Oh, 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 oh. Krieg wieder, krieg wieder, krieg wieder. Oh, nein, 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 nein. Du musst, du musst durchhalten, du musst durchhalten. Die Memes haben dich nicht gekillt, das musst du schaffen. Bitte schaff das. Bitte schaff das, bitte schaff das. Bitte, 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 bitte. Bitte, nein, 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 nicht kaputt gehen. Nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Nicht kaputt gehen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Mach den kaputt, mach den kaputt, mach den kaputt. Yeah, beim allerersten Versuch. Yay. Ha, mehr Aufregung kann ich jetzt nicht vertragen. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Ich mache jetzt an dieser Stelle mal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir doch einen netten Kommentar da, würde mich sehr freuen. Dankeschön. Tschüss.